Das hier ist die Peter Hadley Special Edition der Canon EOS R50 und bevor wir zum ganzen Zubehör kommen, was in der Special Edition mit dabei ist, müssen wir natürlich kurz über die Kamera sprechen. Die Canon EOS R50 ist eine Kamera mit einem Wechselobjektiv, mit dem APS-C großen Sensor und mit dem mitgelieferten Kit-Objektiv. Das heißt, hier haben wir ein 18-45mm Objektiv. Ihr seht, es ist klein, es ist kompakt und eine Besonderheit der Kamera ist, dass sie nicht nur tolle Fotos schießt, sondern auch richtig gut bei Video ist. Und das führt mich jetzt ganz direkt auch zum Zubehör, weil mit in der Box in der Peter Hadley Special Edition ist nämlich zum einen das Yobi Gorillapod, das habe ich hier, ist ein flexibles kleines Stativ, das problemlos die Kamera trägt, das ich aber auch richtig gut in der Hand halten kann, um mich zum Beispiel mit der Kamera selbst zu filmen. Und da kommen wir dann auch schon direkt zum zweiten Zubehör, das ist das Rode Video Mikro. Heißt, hiermit könnt ihr eure Stimme und Ton noch deutlich besser aufzeichnen als mit dem eingebauten Mikrofon. Eignet sich also ideal für Vlogger und für Leute, die Videocontent aufnehmen. Und in der Kombination mit dem Gorillapod könnt ihr direkt euren Vlog starten. Es kann also mit eurer Videoaufnahme sofort losgehen. Das Einzige, was euch jetzt noch fehlt, ist natürlich die passende Speicherkarte und ihr ratet es schon, natürlich ist auch die mit im Lieferumfang. Und mit diesem tollen Set Canon EOS R50 mit Objektiv, Rode Video Mikrofon, Gorillapod und der 64 GB Speicherkarte könnt ihr sofort loslegen und euer erstes Videoprojekt umsetzen.